so herzlich willkommen zurück zu meinem test und ich habe mich entschieden dadurch dass das ganze jetzt relativ klein und kompakt sein soll das ganze mal doch mit dem lua controller bauen und ich habe mir auch schon so kleinen lua schnitzel rausgesucht das ding hier wenn an pin b da also eine steigende flanke entsteht oder ankommt dann wird pin a invertiert indem einfach gesagt wird man kann man sich als mathematische folge aufschreiben y ist gleich 1 minus x wenn x 1 ist ist 0 und wenn x 0 ist ist y 1 und wenn er halt x ist gleich 1 minus x hast dann hast du ein wechsel des x und das ist halt genau das was hier gemacht wird bis zum mathematik hokus pokus und ja wenn wir wieder mit dem lua controller arbeiten dann haben wir sogar schon genau das macht die sache dann wahrscheinlich alles andere ist hier es nimmt einfach mit mesecon zu viel platz weg klar man kann mit mesecon zu schönen schaltungen bauen aber nicht wenn du die platz spannend unter dem fußbund verstecken möchtest das wird leider alles nichts also manche schaltung könntest du bauen aber warte gesehen die werden alle zu groß entweder zu breit oder zu hoch oder beides vielmehr ja ja nicht gut von daher so was heißt wir brauchen ein taster und ein player detektor haben wir noch mal wir haben ein adjustable player detektor brauchen wir den um ja doch können wir machen wir haben eh nur adjustable andere haben wir gar nicht so jetzt brauchen wir natürlich immer noch ein endgate habe ich vollkommen vergessen verdammt so wir brauchen noch ein endgate und das sollte es gewesen sein so wenn wir hier zu glück noch ein bisschen platz hinter so und hier kommt jetzt der lua controller an eigentlich können wir das endgate sogar hier mit einprogrammieren ich versuch's mal mal schauen ob ich in lua so fit bin um das zu schaffen das heißt der schalter kommt hier hin wenn ich jetzt das dahin mache warum verbindet er sich so nicht automatisch wenn ich jetzt solche mache verbindet okay gut hier ist keine verbindung ok da geht es also sogar ähm chronics detection radios ist 3 machen wir mal 4 ja dann muss ich also wirklich direkt hier neben stehen und den schalter betätigen so und jetzt könnte mich wieder spaß das ist b und a so das heißt äh oha aus die schrift klein na gut das könnt ihr gar nicht sehen super also if in klammern event punkt type äh genau ist ist gleich on and äh lalala was war das äh achso event punkt pin punkt name ist gleich was äh genau b ist richtig ach ich was ok das ist natürlich so wir brauchen äh b ist das event a ist die konstante und vier ist der ausgang so also nochmal äh event type ist gleich on und der pin der das ganze auslöst also event punkt pin punkt name und mein problem ist halt nur programmieren könnte ich insoweit das ist halt relativ einfach aufgebaut ist die sprache das problem ist halt die api kenne ich halt nicht mehr ich wüsste halt nicht dass wenn ich jetzt danach suche dass ein dass ich einen bestimmten pin suche dass ich ein event punkt pin.name brauche so diese kürzel da wäre halt die frage gibt es da irgendwie so ein wiki wo die ganzen sachen aufgelistet sind oder nicht naja gut naja gut naja gut äh und das ist halt der punkt deswegen ich persönlich mich mit lua so ein bisschen schwer tue weil ja ich das halt nicht weiß so das ist ja zuerst mal also ich schreibe erstmal so wie es im tutorial steht sind port punkt in unserem fall jetzt c ist gleich not port punkt c end das wäre jetzt das wenn wir es einfach nur execute ist das jetzt ok achso äh ich bin euch ein schalter eingebaut muss auch ein taster hin ja so und jetzt müssen wir es aber anpassen weil wir wollen das ganze nämlich nur und äh port a ist gleich 1 oder wir können einfach direkt sagen und port a ja jetzt oder auch nicht warum nicht die jetzt hat die frage gibt port a true oder false zurück oder gibt es einen wert zurück ich mach mal kurz als wert vergleich so execute weder noch dann gibt es wahrscheinlich ein state zurück kann das sein dann mache ich mal und das ist halt die frage da ist ja auch das nicht verdammt was gibt es denn zurück gibt es denn hier ist hier drinnen vielleicht ganz uffällig port a true of false da müssen aber klappt mit einfach sage end port a oder kann man hier nicht mehrere ends miteinander verknüpfen das ist richtig traurig event type ist gleich um und event b und port a müsste reichen also das müsste reichen gut einfach anders dann mache ich einfach als verschachtelt ist so dann machen wir in der infabfrage noch eine weitere verfragung wenn wir gar nicht port a sen end end ich möchte sterben go und go und auf was geht ob dass das erste war richtig so aber wenn man die sachen als input haben möchte brauchst du nicht port sondern pin das heißt wir müssen hier aus dem port pin machen und wer schon klappt es leck mich am arsch so wenn wir jetzt nicht dabei stehen darauf die sind ganz klein schnitzel müssen müssen wir jetzt achten ich komme dran nein verdammt können wir es so hatten das natürlich nicht aha ich sehe keine änderung das heißt keine kann die anlage ein oder ausschalten so lange wie das nicht leuchtet und sobald wir in der nähe sind und können es einschalten und kein anderer kann es wieder ausschalten das gefällt mir ja das ist also ich bin halt ich bin halt vor er entwickler also mit microcontrollern und das ist immer port darfst du sowas nicht also andersrum darfst du immer pin wenn er mit dem port spricht da entspricht sie mit mehreren adressen also mit mehreren pins wollen port ist mehrere bit breit egal auf jeden fall hast du da egal ob das als eingabe oder als ausgabe nimmst hast du das gleiche wort nur wenn er halt liest dann liest du halt und schreibst du schreibst dann schreibst du halt wenn also schreibst port b ist gleich eins dann schreibst du eine 1 auf port b das heißt in dem fall ist port b ausgabe und wenn du halt 0 rausschreibst ist halt auch ausgabe nur wird dann halt nicht high sondern auf low gesetzt wenn du aber schreibst x ist gleich port b dann liest du ja von port b und damit ist dann port b die eingabe so ist beim controlern und dementsprechend ja hier ist es halt nicht so dumm gelaufen aber gut ihr wissen was auch wer weiß vielleicht wird er irgendwann doch noch eine einrichtige lue ein richtiger lue entwickler aus mir nein wird nicht garantiert nicht mit ihr vergessen ihr klemmpages ja cool läuft doch so dass genau es ist auf mich eingestellt sehr gut ich kann ich hier mehrere sachen machen kommen dann mache ich eben nur noch wolke rein so wieder die einzigen beide dinge scharf schalten dürfen also ich und ich ich und ich bin die kuh so dann sollte ja die anlage jetzt soweit vor der funktionierenden angeboten ist die anlage zu wunderbar funktionieren ich meine könnte sich vielleicht noch noch eine lampe machen damit man nicht immer hierhin gucken muss ich meine letztendlich man sieht ja ob die dinge da geräusche macht oder nicht man sieht es oft geräusche macht ihr wisst wie ich meine aber ich habe trotzdem guckt ob es irgendwie eine schöne kleine lampe gibt also ich weiß es gibt diese komischen wobei dies auch nicht hier die dinge die leuchten aber die sind halt so groß und klo bild und dann würde ich halt eher was kleines süßes feine das hier also das sind jetzt also bitte konnte ich immer als kurze sachen ja noch detektor das ist doch einfach nur keine lampe geben oder sowas ja also mesecon lamp da können wir die irgendwo hinhängen hinter zum beispiel wobei hier endlich platze ist ob ich noch einen ausgang zu machen ach was sagt man hört ja man sieht ja dass da hinten sich was tut oder nicht von daher sollte das auf jeden fall so passen so wie wir sind jetzt schon mal die kisten aus oh ja die lehrer geworden und denn die ihr müsst jetzt ein schüler sein ich werde nie damit aufhören hat sich so bei mir eingebrannt ist berufskrankheit bei mir so die ersten lachen sich relativ voll ne an die kummer hier habe ich schon diese dinger können ja weil ich also sie da kann man 60 hier sind das sind die volldinger das heißt hier könnte wir wirklich schon anfangen langsam upgrades rein zu klatschen ich meine wir haben ja 50.000 davon das sind ja achter oder fünfer ok ich nehme hier vom paar raus eigentlich könnten wir jetzt direkt schon alle raus nehmen und die um die kiste rein machen wo unser staub drin hier dieser 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 kohlestaub drin ist da also hier brauchen wir sie am ehesten und dass die kiste schön nah von daher wäre es auch in der hinsicht sinn machen hier meine meta aufräumen ist ja hier alle voll mit scheißen dreck aber kurz die anlage echt ein und ausschalten wir wollen ist das cool das gefällt mir ja ich sollte einfach mal mit klua arbeiten eigentlich könnte ich hier gleich mal zu machen dass ich die wissen sieht schon ein bisschen scheppig aus aber was wird das eigentlich machen da oben die küste so problem ist abbau ist halt schwierig weil da muss ja konstant drauf sein komm ich hier irgendwie hoch ne ne ach jetzt noch erde lol komm ich hier ey siehst du kann ich nicht nutzen um hier hoch zu kommen aha gesehen gleich genieße so machen wir mal so dass hier prozent zehn prozent warum so viel uran ich habe doch relativ wenig ich weiß ja nicht ach so würde mich hat so geschichte performance ist immer noch im fenstermodus auf dem bildungsaufnehmer meint ist so jetzt schon besser ich mach jetzt mal hier drei rein letztendlich wie viele haben wir eigentlich wir haben 1 2 3 4 5 6 ich habe keine so sechs und bereits trainer 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 27 27 27 aufs völf verteilen das wenn der programm 2 eine könnte auch erst mal reichen so haben wir überall quasi gleich viele drin auch wenn wir es nicht überall brauchen aber so haben wir noch ein übrig passt doch da wobei mit denen schon echt wenig krass kohle ist dafür echt fast am meisten wobei die ist so viel wenn man den vergleich diese 500 naja 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 passt schon so hier es kommt mal alles weg und alles nach oben kannst du noch da also noch auch viel dunkel draußen auch schon wieder runter gehen und unsere batterien sind noch mehr als halb voll das sieht doch gut aus so jetzt wollte ich eine gute fließkarten und natürlich dunkel und zwar habe ich mir ein ort rausgesucht ich habe jetzt noch die folge anzufangen wo überhaupt da ist da bist du da sein hinter dieser großen burg verborgen ja gut ich wirklich verborgen liegt ein großes weites gebiet ich sollte mal mein schwert repräsentieren ok komm ich werde repräsentiert mein schwert jetzt zeige ich euch dass euch das gebiet nächste folge hat es da hast du gerade das geschenkt wenn sich die form geändert hatten hätten hätte eine fahrradkette nein da ist noch schon mal drin ja die dinger wenn wir mal brauchen abnicht verfolge wahrscheinlich sogar schon mit alles am plan geht ja das ist ja alles gut das ist doch das ist doch leute warum klappt das so gut ist auch langweilig alles funktioniert ohne scheiß aber auch ja ich bin mal gespannt wenn die anlage unbeaufsichtigt ein paar folgen ein paar stunden läuft aber wie gesagt beaufsichtigt sieht man ja die dinge nimmt immer weiter ab das heißt so lange wie einer in der nähe ist bleibt alles wunderbar die frage ist nur wenn keiner in der nähe ist und dann wieder irgendwelche komische sachen die hier sind dass irgendwelche sachen nicht geladen sind und das sind welche sachen blockieren oder sowas also noch so konnte ganz komisch ja aber das heißt mit dieser folge gewesen sein und dann sehen wir uns zur nächsten folge wieder bis dann